Musik Hallöchen! Heute habe ich mal wieder ein DIY für euch. Und das Tolle an diesem DIY ist, dass ihr dafür keinerlei besondere Fähigkeiten haben müsst, außer, dass ihr wisst, wie man mit einer Schere umgeht und mit einem Stift. Außerdem freue ich mich, dass ich mit euch heute die erste Verlosung auf meinem Kanal machen kann. Und wenn euch interessiert, worum es da geht, dann bleibt einfach bis am Ende des Videos dran. Aber bevor wir anfangen, möchte ich erstmal alle, die jetzt neu auf unserem Kanal sind, begrüßen. Es sind ja in letzter Zeit einige dazugekommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen für Videos oder Themenvorschläge habt, dürft ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also in diesem Sinne viel Spaß! Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018